Das ist wieder hier verschwunden oder was? Will das mich verscheißern? Einladen zu, gehöhm, gehöhm Kennenlernen Nach Arbeit, nach Tag Wie ist denn das jetzt denn? Muss ich das Buch anklicken? Vielleicht muss ich das Buch ja... So Das sieht schon besser aus Das Elemente platzieren Kind vorlesen Wie ist denn das Buch? 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 Und ich muss das Buch anklicken Wie ist denn das Buch? Ich muss das Buch mal vorlesen Somit beendest du deine Aktivität Was ist das? Also er liest schonmal, aber liest nicht vor, oder? So, wir können vorlesen. Ich hoffe, es muss nicht ... Hm, zwei Stunden ... Achso, nur zwei Stunden. Hm ... Yes, setz dich gefälligst hier wieder hin. So, ich hoffe das geht sich aus. Yep. Das müssen jetzt alle beide bekommen haben. Zwei mal Hausaufgaben machen, wenn der Content red. Ok, das sollte kein Problem. Ok. WC. Und du ebenso aufs WC. So, du hast hier auch noch ein Buch. Dann musst du das andere, hier ist es. Das kommt noch ein Buch. Das können wir hier hinlegen. Ok. Jetzt hast du eingestickt. Nur Mineralien. Du gehst schlafen. Und du schläfst schon. Wir kommen jetzt. dann könnten wir mal was anderes nehmen jetzt sport zwei mahlzeiten zubereiten wenn inspiriert so sie ist wieder aufgestanden wo steckt denn träumst du eigentlich jetzt auch hier das ist doch schlafen gehen sie machen sie es auch spielen okay so dann guckst du was ich sollte vielleicht auf play wieder schalten das hat ja dann meist einen guten reiz dann kannst du doch noch ein bisschen programmieren so spielen mit ha ha oh sarkimi ah